Jo Freunde, mein Name ist der FISTA und heute habe ich nochmal für euch ein paar Torwartparaden aus FIFA 17 Pro Clubs zusammengestellt, die so in den letzten Trainingstagen zusammengekommen sind. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr könnt den Kanal jetzt unter dem Video direkt abonnieren, dauert nur ein paar Sekunden und ihr verpasst dann nichts mehr. Würde mich sehr freuen, ich bin dann raus und viel Spaß jetzt bei dem Video, euer FISTA, ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.